Herzlich Willkommen zu Fantastika, dem Podcast, in dem ich euch Science-Fiction-Literatur aus dem ehemaligen Ostblock präsentiere. Mein Name ist Mio Mesutin an der Sprechkarnitur und ich grüße euch aus dem Weiten des Kosmos und heute habe ich euch ein Buch aus der ehemaligen DDR mitgebracht und zwar das Erstlingswerk von Michael Samait und zwar Alarm im Tunnel Transterra aus dem Jahre 1982. Die Geschichte beginnt auf der Raumstation Roda, die relativ weit hinter dem Pluto positioniert ist und die Raumstation ist nicht ohne Grund da, denn auch wenn wir in der Zukunft sind, hat die Menschheit noch immer es nicht geschafft, sowas wie Hyperraumsprünge zu machen, sondern ist immer noch angewiesen darauf, mit hohen Geschwindigkeiten und hohen Beschleunigungen halt ins All hinaus zu fliegen. Dummerweise ist hinter dem Pluto, beziehungsweise da wo der Pluto ist, schon auch ein Asteroidengürtel, der sogenannte Kuipergürtel, wenn ich mich noch richtig entsinne und die Raumstation Roda ist dafür verantwortlich, dort eine freie Bahn zu schaffen, dass die Raumschiffe da durchkommen und nicht halt mit hohen Geschwindigkeiten, mit irgendwelchen Asteroiden und Gesteinsbrocken kollidieren und dann quasi verdampfen aufgrund der hohen Aufschlagsenergie. Und es ist mal wieder angekündigt, dass eine Formation namens Helios, bestehend aus 600 Raumschiffen, halt genau diese Passage passiert. Diese Passage nennt sich Tunnel Transterra und ist alles überhaupt kein Problem, denn einer der Leute, die dafür verantwortlich sind, diesen Tunnel zu überprüfen, ob da auch gar nichts irgendwie an irgendwelchen Gesteinsbrocken und Materiebröckchen rumschwirrt und rumwabert. Das ist Emanuel Pyrrhon, der auf der Raumstation halt noch stationiert ist und dieser hat erfolgreich gecheckt, dass dort alles frei ist und es ist auch alles wunderbar. Und jetzt will er so langsam sich vom Ackert machen von da und seine Freundin Renate auf der Raumstation Aurora treffen. Das Problem ist nur, diese Raumstation Rota ist so weit draußen, dass eigentlich so gut wie nie ein Raumschiff da großartig unterwegs ist. Und das weitere Problem ist, dass die Frau, die er da auf Aurora treffen will, ja es nicht so mag, dass er halt nicht so unbedingt der Zuverlässigste ist und er muss halt unbedingt in zwei Tagen auf dieser Raumstation sein. Und da macht er sich halt einen Kopf so, wie kommt er jetzt da hin? Aber irgendwie findet sich da nicht so wirklich was. Mit Ausnahme eines Typen namens Magister Spinks. Das ist so ein Typ von einem Land namens Korent. Das ist so ein Land, was sich von der normalen Bevölkerung abgespalten hat und halt eine eigene Nation gegründet hat, die ja seltsame Gebräuche hat und seltsame Ansichten über die Art und Weise, wie man mit Menschen umgehen sollte und auch Forschung betreiben, die halt nicht so sonderlich toll ist. Und die Korenter werden halt nicht so wirklich ernsthaft groß angesehen von den Leuten. Auf jeden Fall hat dieser Magister Spinks ein Raumschiff, das jedoch schnell genug wäre für die Passage zur Aurora. Und schweren Herzens überwendet sich dann Emanuel, ihn anzuhauen, so zwecks einer Überfahrt. Und natürlich stellt sich natürlich auch die Frage, wie soll denn nur die Bezahlung vonstatten gehen? Dieser Magister Spinks ist nicht allein, sondern er reist zusammen mit einem Typen namens Bob. Das ist eine kleine, kränkliche, ärmliche Gestalt, die total deformiert ist und man weiß nicht so ganz genau, ob es ein Mensch oder eher ein Kind. Aber für ein Kind wirkt er zu alt, aber für einen Menschen, für einen normalen Menschen wirkt er zu klein und zu mickrig und irgendwie unbeholfen. Man weiß nicht so ganz genau, was mit ihm so ist. Und als Spinks und Pyrrhon Bob in der Offiziersmesse auffinden, der halt so versucht, gerade was zu essen, stellt er ihn halt so vor und Bob ist so angetan von etwas, was Emanuel Pyrrhon um seinen Hals trägt und zwar einen sogenannten Sonnstein. Und diese Sonnsteine, man weiß nicht so ganz genau, was es damit auf sich hat. Alles, was man weiß, ist, dass halt diese Steine auf einem Planeten gefunden wurden und die haben halt merkwürdige Eigenschaften, aber mehr weiß man auch nicht darüber. Regelmäßig werden halt so Steine zu Forschungszwecken zur Erde gebracht und nachdem halt so die Forschung an so einem Stein halt beendet wurde, ja, verschwinden die Steine halt so mehr oder weniger an so Leute, die halt interessiert sind. Und Emanuel Pyrrhon hat halt so einen Sonnstein und Bob sieht diesen Stein und ist total fasziniert und dann sagt der Magister Spings so, ja, äh, ich nehme sie mit, allerdings nur, wenn sie Bob diesen Stein geben, denn aufgrundsichtig hat er sehr großes Interesse daran. Und Pyrrhon ist eigentlich nicht so wirklich ernsthaft Fan von dieser Idee, aber er will jetzt unbedingt auch seine Freundin Renata nicht verlieren und denkt sich so, ach, okay, damit ich in zwei Tagen bei dieser Aurora Raumstation sein kann, trenne ich mich von diesem Sonnenstein. Bob freut sich natürlich, äh, wie sonst was drüber und am Ende wollen dann alle drei dann so losfliegen, bis dann eine Durchsage von Achternag, das ist der Chef von dieser Raumstation, durchkommt. Und der holt dann halt so Magister Spings und Pyrrhon auf das Kommandodeck und macht die erstmal so richtig zu sau. Also nicht unbedingt Magister Spings, aber halt so, ähm, Pyrrhon. Weil es hat sich rausgestellt bei Scans, da ist noch was im Tunnel Transterra. Pyrrhon so, nee, da kann nichts sein. Ich hab das nochmal genauestens nachgecheckt, da ist nichts mehr. Und Achternag so, da ist aber was. Nur ist halt die Frage, so, äh, was machen sie jetzt? Weil irgendjemand anders jetzt herholen, der jetzt mal großartig da nachgucken könnte und, äh, dieses Objekt wegbringen könnte, ist halt nicht. Weil halt die nächsten Raumschiffe, die das könnten, wir sind viel zu weit entfernt. Und jetzt einfach das Ignorieren geht auch nicht, weil diese 600 Raumschiffe der Formation Helios, die von einer Expedition zurückkommen, die, äh, können jetzt auch nicht einfach mal so irgendwie irgendwo anders hingeleitet werden, weil die haben so einen Affenzahn drauf, dass sie jetzt nur eigentlich nur geradeaus fliegen können. Magister Spings und Pyrrhon werden dazu genötigt von Achternag, der ein richtig ordentlicher harter Hund ist, dorthin zu fliegen mit dem Raumschiff, das Magister Spings hat, um mal nachzuschauen und, äh, nunfalls das Objekt halt zu zerstören, damit halt die Passage frei ist und die Raumschiffe halt durchfliegen können. Weil wenn die darauf stoßen, dann gibt das eine Riesenkatastrophe erst recht für die ganzen 600 Raumschiffe und für, für die ganzen Leute, die da drin sind und es sind nicht gerade wenige. Das heißt, ähm, Klartext so viel, äh, dass, äh, die, sie einen kleinen Umweg machen müssen, bevor sie zur, äh, Raumstation Aurora weitergehen können. Auf jeden Fall machen sie sich dann auf den Weg, Magister Spings und Bob und Emanuel Pyrrhon und auf dem Raumschiff stellt sich schon das erste Mal etwas heraus, und zwar, dass Bob nicht nur ein so kleines, kränkliches Wesen ist, denn Bob ist der Navigator oder der Kontrolleur des Raumschiffes, der wird halt in den Sessel gesetzt und bekommt so eine Art Helm aufgesetzt und plötzlich verwandelt sich Bob. Plötzlich wird Bob wirklich ein jemand, der nicht so vor sich hin kränkelt und vor sich hin sich, äh, irgendwie durch die Gegend guckt, sondern wirklich ein jemand, der exakt weiß, was er tut, der über extrem hohe kognitive Fähigkeiten verfügt, denn er ist ein sogenannter Symptom. Das sind so, ähm, Leute, die, äh, keine natürlich geborenen Menschen sind, sondern Menschen, die halt gezüchtet wurden von den Korinthern. Und Pyrrhon ist total schockiert, weil bislang gab's nur Gerüchte, dass es solche Wesen gäbe, und plötzlich sieht er einen vor sich. Und das ist halt ziemlich schockierend für ihn. Auf jeden Fall starten sie halt in Richtung Tunnel Transterra und bekommen dann lauter kleinere und größere Probleme, dass unter anderem halt der Sonnstein, den jetzt Bob hat, seltsame Sache macht. Also fängt an zu leuchten und Magister Spinks ist total irritiert, weil er denkt so, dieses Ding, was da im Tunnel ist, was auch immer es ist, scheint irgendwie eine Verbindung zu diesem Sonnstein zu haben. Und man in der Tat, wie, äh, Magister Spinks nun mal halt ist, nimmt der Ding und pfeffert's einfach raus aus dem Raumschiff, damit's einfach weg ist. Natürlich ist Bob da nicht so wirklich ernsthaft glücklich drüber, aber er kann halt nichts dagegen machen. Und, ähm, Emanuel Pyrrhon ist natürlich auch nicht so wirklich ernsthaft sonderlich angetan davon, aber Magister Spinks ist Chef auf dem Raumschiff. Das heißt, die beiden müssen sich halt unterordnen. Auf jeden Fall machen sich die drei auf dem Weg zum Tunnel Transterra. Eigentlich, äh, dürfte es keine so große, schlimme, schwere Mission sein, aber komischerweise sind dort kohärentische Raumschiffe unterwegs, die ihnen so, äh, auf Abstand irgendwie folgen und dahin und her fliegen. Keiner weiß sogar ganz genau, was die da machen, die, äh, antworten auch nicht auf irgendwelche Rufe und so. Und so richtig rauszubekommen ist halt nicht, was die da tun. Darüber hinaus stellt sich auch im Laufe der Zeit heraus, dass, äh, Bob der Symptom, der halt, äh, dadurch, dass er mit dem Raumschiff kommunizieren kann und, äh, verbunden ist, ja, mehr oder weniger das Raumschiff als so quasi Erweiterung seiner Wahrnehmung seines Körpers halt begreift. Und auch die ganzen Roboter, die darauf unterwegs sind, halt kontrollieren kann. Auf jeden Fall, einer dieser Roboter fährt halt in die, äh, Kajüte von Emanuel Pyrrhon und auf die Art unterhalten sich die beiden. Und da erfährt halt Pyrrhon, dass Magister Spinks nicht irgendjemand ist für ihn, sondern quasi so derjenige, der seine Art Aufsicht ist. Also er ist halt verantwortlich für Bob. Und er erfährt auch ein wenig mehr über die Symptome. Soll das allerdings geheim halten vor Magister Spinks, weil eigentlich ist es so irgendwie offiziell nicht so unbedingt etwas, worüber man reden darf. Auf jeden Fall, äh, bittet Bob dann, äh, Pyrrhon, weil er Pyrrhon mehr vertraut als Magister Spinks, bittet er ihn in den Hauptrechner zu gehen. Dort kann Bob mit seinen Robotern halt nicht hin. Denn dort ist anscheinend irgendetwas, was nicht so ganz so ordentlich funktioniert. Pyrrhon geht halt so dahin und schleicht sich dann so rein und denkt sich so, hm, also es gab ja schon Gerüchte, dass dieses Ding da draußen, weil Gerüchte verbreiten sich ja relativ schnell, dass dieses Ding da draußen im Tunnel Transterra ein außerirdisches Raumschiff wäre, weil es plötzlich aus heiterem Himmel entstanden ist und nicht einfach so irgendwie, ja, wieder verschwunden ist. Und, äh, vielleicht ist das ja ein außerirdischer Besucher, der hier rumwurschtelt. und schleicht sich so rein, guckt sich so um, findet nichts, bis er plötzlich überfallen wird. Und zwar nicht von einem außerirdischen Besucher, sondern von einem der Roboter, die in diesen Raumschiff sich reingestichen haben. Und das ist halt eines der Roboter, die, ähm, dafür verantwortlich waren, das Raumschiff zu warten, als es noch auf der Raumstation Rota stationiert war. Und das ist irgendwie, aus irgendwelchen Gründen, das ist halt so ein bisschen durchgeknallt und reißt sich einfach munter irgendwelche Teile aus dem Hauptrechner des Raumschiffes raus, um irgendetwas ganz komisches damit zu machen. So ganz genau lässt sich da nicht rausfinden, was er da überhaupt vorhat. Und, ähm, als er Pyrrhon bemerkt und die Befehle von Pyrrhon nicht verstehen will, versucht er plötzlich Pyrrhon umzubringen. Beziehungsweise, äh, irgendwelche Einzelteile aus ihm rausreißen zu wollen, um die zu irgendetwas zu verwenden. Und Pyrrhon schafft es gerade so, dieses Ding so auszumanövrieren durch irgendwelche cleveren Aktionen, so die, äh, Computertürme rauf und, äh, das Ding versucht halt zu folgen. Auf jeden Fall, äh, schafft er es gerade so, äh, dem Ding zu entkommen, wird aber, als das Ding plötzlich anfängt mit seinen eigenen, äh, Körperteilen um sich zu schmeißen, von genau diesen Körperteilen halt, von diesem Computerturm halt runtergeschubst. Bis dann Magister Spinks es gerade so, äh, außer Gefecht setzt mit einem, äh, Strahler. Der kommt ihm gerade so zu Hilfe. Als Pyrrhon dann erwacht, nachdem er, äh, von dieser Maschine halt K.O. geschlagen wurde, erfährt er dann so, was so passiert ist und schnappt sich im Nachgang halt diesen, die Reste von diesem Roboter. Da denkt sich so, naja, vielleicht kann ich damit irgendwas Sinnvolles noch machen und bastelt halt so dran rum und versucht den Ding, der Ding halt wieder zu reparieren. Klappt aber nicht so ganz. Stattdessen fängt das Ding an zu reden. Und dann denkt sich so Pyrrhon so, hm? Geht da irgendwelche ganz komischen Sachen? Anscheinend hat der, äh, äh, der das Ding warten soll, anscheinend irgendwelche alten Speicherkristalle nicht ordentlich gelöscht. Tolle Wurst. Und merkt aber relativ schnell so, ne Sekunde, das klingt nicht so wie nach irgendwas, was so irgendwie aus irgendwelchen Speicherkristallen stammt. Und was er nämlich hört, sind irgendwelche Funksprüche. Irgendwelche Funksprüche von irgendwelchen Leuten, die sich mit der Bezeichnung Medea bezeichnen. Und, äh, sie unterhalten sich über Dinge, die auf dem Raumschiff passieren. Also auf dem Raumschiff, auf dem sie sich halt befinden. Und mit einer erstaunlichen Präzision. Und zuerst denkt so Pyrrhon, das wird wohl eines dieser kohärentischen Raumschiffe sein, die wir da so gesehen haben und die nicht geantwortet haben auf irgendwelche Funksprüche. Aber nein, die müssten auf dem Raumschiff sein, um da so gut kommunizieren zu können. Und anscheinend, ja, also, wer könnte das dann sein? Und, äh, Magister Spinks kann es nicht sein. Der pennt schon wieder. So wie eigentlich die ganze Zeit über, wenn grad nichts zu tun ist. Ich kann es auch nicht sein. Ich, Emanuel Pyrrhon, bin ja hier und höre grad diesem Funkspruch zu. Okay, dann kann es eigentlich nur Bob sein. Und anscheinend unterhält sich Bob mit Leuten, die sich Medea nennen, über irgendwelche Dinge, ohne dass Magister Spinks davon weiß. Und als dann Pyrrhon zu Bob halt hingehen will, dreht er sich um und sieht dann, dass Magister Spinks in der Tür gestanden hat und die gleichen Schlüsse gezogen hat. dass Bob anscheinend hinter ihren Rücken irgendwelche komischen, krummen Dinger dreht und einfach in Kontakt ist mit irgendwelchen Leuten, die nicht so gut sind. Denn Medea ist nicht irgendwer, sondern Medea ist eine geheime Organisation der Symptome. Und diese ist halt ein wenig illegal. Und Magister Spinks weiß ganz genau, was passiert, wenn das rauskommt. Nicht nur, dass jetzt irgendwie das Ganze ein bisschen Ärger geben könnte, sondern, naja, das könnte unter Umständen unter Verrat laufen. Und das wird unter Corenta nicht so wirklich günstig halt gesehen. Und nicht nur das scheinen die auch ein sehr großes Interesse an diesem Ding im Tunnel Transterra zu haben und der Ansicht zu sein, dass es sich dabei auch um ein außerirdisches Raumschiff handelt. Ja, somit haben wir schon mehrere Probleme. Nicht nur, dass Piron eigentlich zu seiner Freundin wollte und stattdessen nochmal dazu gezwungen wird, seinen Job nochmal günstiger zu machen, obwohl er ihn eigentlich schon erledigt hat. Nicht nur, dass dieses Ding im Tunnel Transterra möglichst schnell weg muss, weil sonst gehen einfach mal 30.000 Leute und 600 Raumschiffe einfach mal hops. Und nicht nur, dass da irgendwelche kurentischen Raumschiffe da rumwuseln, von denen halt keiner weiß, was die überhaupt treiben und die auch auf keine Funksprüche antworten. Nicht nur, dass wir halt da rausfinden, dass Bob irgendwie hinter ihrem Rücken krumme Dinger dreht. Nein, wir finden auch heraus, dass es vielleicht gar keine so gute Idee war von Magister Spinks, den Sonnstein aus dem Raumschiff zu pfeffern. Und noch immer sind wir nicht angekommen bei diesem Ding im Tunnel Transterra. Aber noch immer sind die Leute von der Formation Helios in höchster Lebensgefahr. Und langsam geht den Dreien die Zeit aus. Outdoor Michael Samait ist einer der bekanntesten und auch der erfolgreichsten Science-Fiction Autoren in der ehemaligen DDR. Und er wurde geboren 1950 in Priesen im ehemaligen Bezirk Cottbus und er lernte erstmal den Beruf des Elektromechanikers, bevor er später ein Physikstudium begann, was er jedoch aus gesundheitlichen Gründen abbrechen musste. Und danach war er halt beim Film und Fernsehen, wurde Leiter eines Tonstudios von einem Filmstudio, war ab 1981 Lektoratsmitarbeiter im Verlag Neues Leben und danach wurde er freischaffender Schriftsteller. Er hat in den 70ern bereits erste Kurzgeschichten veröffentlicht, unter anderem halt das Tier der Anthologie Begegnungen im Licht, sowie auch in der gleichen Anthologie die Geschichte Urlaub auf Aldebaranisch. Und in der Geschichte Das Tier zeigen sich schon erste Hinweise auf etwas, was sich dann später in seinen Romanen, speziell in der Sonnstein-Trilogie halt widerspiegeln sollte. Und zwar, dass er seine Geschichten versucht in einem Universum spielen zu lassen. Also er erschafft nicht für jedes Buch ein neues Universum, sondern speziell die Sonnstein-Trilogie spielt halt innerhalb eines Story-Universums. Die Sonnstein-Trilogie begann halt mit dem Buch Alarm im Tunnel Transterra 1982 und danach kam dann halt noch Im Glanz der Sonne Zaurak und Das Geheimnis der Sonnensteine heraus, die ich später auch noch rezensieren werde. Erstaunlicherweise, obwohl er einer der beliebtesten Science-Fiction-Autoren aus der DDR ist, hat er gar nicht mal so viele Bücher veröffentlicht, sondern in der Hauptsache halt fünf Bücher. Zum einen halt die Sonnstein-Trilogie und dann noch 1987 Drachenkreuzer Igaros und 1997 Copyworld. Darüber hinaus war er hauptsächlich eher so mit Kurzgeschichten noch aktiv und auch als Herausgeber von halt Science-Fiction-Anthologien noch zu DDR-Zeiten. Das sind so die Bücher aus dem Tagebuch Eine Ameise von 1985 und Der lange Weg zum Blauen Stern 1990, was eines der letzten Science-Fiction-Bücher war, die zu DDR-Zeiten noch rauskamen. So nach der Wende schien es so ein wenig ruhig um ihn zu werden. Erst so halt wie gesagt der Roman Copyworld von 1997 und auch Erzählungen aus dem Jahr 2000 und 2011, Happy Independence Day in der Zeitschrift Alien-Kontakt und Der achte Tag der Schöpfung respektive, waren ein weiteres Lebenszeichen von ihm. Von daher kann man eigentlich jetzt nicht mehr so wirklich viel von ihm erzählen, aber er lebt auf jeden Fall noch in Berlin. Und mal schauen, vielleicht kann ich ihn ja mal für ein Interview gewinnen. Das wäre natürlich ganz cool, dass wir vielleicht noch ein bisschen was auch über die Zeit nach der Wende von ihm erfahren. Bis dahin muss das erstmal reichen, was es an Informationen über ihn gibt. Und ja, Michael Samait. Alarm im Tunnel Transterra ist ein ziemlich klassischer Science-Fiction-Roman. Insofern, als dass er wirklich die ganzen vielen klassischen Elemente beinhaltet. Raumschiffe, Raumstationen, alltägliches Raumfahrbusiness. Dann synthetische Menschen, oder nicht unbedingt synthetische Menschen, sondern halt so Züchtungen von Spezialmenschen. Dann halt außerirdischen und außerirdischen Raumschiffen. Und natürlich auch verschiedene Kulturen, die aufeinander stoßen. Und was an dem Roman sehr gut ist, das ist so die Tatsache, dass man einen sehr guten Einstiegsroman hat, wenn man so mit Science-Fiction sich auseinandersetzen möchte und schon ein bisschen gefordert werden möchte. Oder dass man überfordert wird, wie es unter Umständen bei Andimon am Anfang einem passieren kann. Also bei Andimon von den Steinmüllers hat man hier wirklich so einen Roman, der einen in die Science-Fiction holt, ohne einen zu überfordern. Und das Interessante ist dabei, dass die ganzen Elemente, die man eigentlich so, wenn man jetzt auch schon andere Science-Fiction-Bücher gelesen hat, die man eigentlich schon mehr oder weniger von irgendwo anders her kennt, dass diese nicht einfach nur so halt irgendwie reingebaut werden, weil die zum typischen Science-Fiction gehören, sondern dass sie wirklich so sehr verwoben sind. Das heißt so, eigentlich könnte man meinen so irgendwie, es gibt verschiedene Science-Fiction-Elemente und die werden halt irgendwie so eingebaut. Aber alles fußt und basiert aufeinander. Das heißt so, die Dinge, die am Anfang relativ einfach und klar rein und erscheinen, werden dann im Laufe der Zeit um einiges komplexer. Also während die Geschichte am Anfang anfängt mit, da ist ein Objekt im Tunnel Transterra und das muss da weg, sonst wird das ein bisschen doof für die ganzen Raumschiffe, die da durch wollen, kommen dann halt so sehr viele politische Aspekte noch hinzu und sehr viele Individualinteressen und auch sehr viele Dinge, die am Anfang einem so ohne weiteres überhaupt gar nicht so in den Sinn gekommen sind. Das heißt, man erfährt sehr viel über die ganzen Welten. Man erfährt auch sehr viel über die Korinther, was am Anfang, also am Anfang sind die Korinther ja so ein Völkchen, worüber man halt so Gerüchte gehört hat, aber so richtig weiß man über die nicht so wirklich was, weil die sich relativ zurückhalten. Man erfährt halt sehr viel über die Kultur im Laufe des Buches. Über den Stil des Romans kann man sagen, so man muss halt mögen, dass der Autor einem sehr viele Dinge auch erzählt. Also, dass nicht unbedingt jetzt so sehr viele Sachen einem so zum Rätseln da sind, sondern man bekommt das wirklich sehr klar auch dargestellt und präsentiert. Wenn man das mag, wenn man nicht so der Fan ist, in Romanen jetzt zu rätseln, sondern wirklich möchte, dass der Autor einem sehr viel über die Welt erzählt und auch sehr detailreich, dann ist man mit dem Buch auf jeden Fall extrem gut bedient, wenn man wirklich sehr viel erfährt. Wer ein bisschen eher so Fan davon ist, so sich ein bisschen inspirieren zu lassen von dem, was der Autor schreibt und seine eigenen Gedanken zu formulieren, kann es sein, dass das Buch ein bisschen zu sehr einem so die ganze, ja, Wahrheit auf den Präsentierteller legt. Was jetzt nicht schlimm ist, aber es kann halt unter Umständen so ein bisschen den Spaß trüben. Und für wen ist das Buch jetzt ansonsten noch geeignet? Also, ich würde sagen, dass es eher so ein klassisches Science-Fiction-Buch ist für Jugendliche, also für Einsteiger, die jetzt noch nicht so wirklich die richtig krassen Sachen lesen können, sondern die halt wirklich überhaupt erstmal einsteigen wollen, anfangen wollen. Und da ist das so ein ähnlich guter Einstieg, wie halt vielleicht auch einige Bücher von Giverne ein sehr guter Einstieg sind in die Science-Fiction. Und gerade halt so auch als, ja, Abenteuer-Buch im Weltraum wirklich eine Leseempfehlung. Das Buch ist noch erhältlich als Kinder-Version für E-Book-Reader. Ich glaube sogar direkt durch den Autoren veröffentlicht worden. So ganz genau habe ich das nicht rausgefunden, aber ich vermute mal schon. Das heißt, ihr könnt das also noch direkt neu kaufen. Ich weiß nicht, ob es doch noch eine aktuelle gedruckte Version davon gibt, aber wenn ihr unbedingt eine physische Version noch haben wollt, die gab es auf jeden Fall zu DDR-Zeiten sowohl als Hardcover, das findet ihr definitiv bei Amazon noch, ich glaube auch als Softcover. Ich muss jetzt nochmal ganz genau gucken, aber das packe ich dann in die Shownotes zur Sendung. Auf jeden Fall lohnt es sich, aber denke ich mal, wenn ihr da nochmal die E-Book-Version euch kauft, selbst wenn ihr keinen Reader habt, einfach nur um den Autoren nochmal konkret zu unterstützen. Das war's mit der heutigen Episode von Fantastica. Weitere Informationen wie die Bezugsmöglichkeiten für die Bücher und ISBN und ähnliches findet ihr auf der Webseite zur Sendung fantastica.mespotinem.de. Dort findet ihr auch Möglichkeiten, wie ihr die Sendung unterstützen könnt über Flatter, über Kommentare und ähnliches. Und einige Kommentare kamen in jüngster Zeit von euch, da auf jeden Fall besten Dank, dass da auf jeden Fall ein paar sehr interessante Leseempfehlungen mit bei waren. Ich muss mal gucken, wann ich die mache, aber die stehen jetzt auch alle auf meiner ganz ganz langen Liste noch zu lesenden Büchern und werden definitiv von mir nochmal in einer späteren Folge besprochen. Ja, es wird ein Hörertreffen geben. Und zwar veranstaltet der SF-Club Andimon in Berlin jeden zweiten Donnerstag im Monat einen Vortragsabend oder generell eine Veranstaltung. Und da wurde es am 13. März einen Vortrag geben von Karl-Heinz Steinmüller. Wenn ihr nicht wisst, wer es ist, solltet ihr unbedingt Episode 1 nachhören. Und zwar wurde er dort einen Vortrag halten über Zukunftsforschung und Science Fiction. Das heißt so, wie die Science Fiction die Zukunftsforschung beeinflusst und auch generell so unsere technischen Entwicklungen. Und das wird auf jeden Fall, denke ich mal, ein sehr interessantes Thema. Im Anschluss an den Vortrag ist geplant, dass ich ihn noch interviewe für eine zukünftige Episode von Fantastica. Und da könnt ihr natürlich mit bei sein. Sowohl beim Vortrag als auch dann beim Interview. Und natürlich auch konkreter noch Fragen stellen, falls ihr dann noch selber welche habt. Und ich nicht auf die Idee gekommen bin, die selber zu stellen. Das ist also eure Chance, eure 15 Minuten Ruhm in der Sendung zu bekommen. Konkret wird es dann, wie gesagt, am 13. März sein. Und zwar gegen 18.30 Uhr. Kostet kein Eintritt. Und die Veranstaltung findet in der Ernststraße 14 bis 16 statt. In 12, 4, 3, 7 Berlin in Treptow. Ich werde das Ganze nochmal in den Show Notes verlinken. Und ja, dort könnt ihr mich dann treffen. Dort könnt ihr Karl-Heinz Steinmüller mal treffen und auch mit ihm ein Pläuschchen halten. Und ja, bin mal gespannt, wie das wird. Wenn ihr hinkommen wollt, könnt ihr in den Kommentaren ein Plus Eins noch hinzufügen. Sodass, wenn halt sich ein paar Leute dazu finden, die halt an dem Abend vorbeikommen wollen, dass sie dann halt so ein bisschen etwa wissen, ob noch ein paar mehr Stühle hingestellt werden müssen oder nicht. Ja, also wie gesagt, am 13. März Hörertreffen. Wenn ihr wollt, ich bin auf jeden Fall da. Und wenn ihr cool seid, seid ihr auch da. Ja, was bleibt sonst noch zu sagen? Ja, das Übliche wahrscheinlich. Kontaktieren könnt ihr mich über die Webseite, über Kommentare, die ihr dort hinterlassen könnt. Über Facebook, facebook.com slash messproutine. Oder auch über Twitter, twitter.com slash messproutine. Und darüber könnt ihr dann durchaus mit mir in Kontakt treten, wenn ihr wollt. Ansonsten gibt es nichts weiter zu sagen. Ich entschuldige vielleicht ein wenig, dass ich noch ein bisschen verschnupft bin und möchte mal so ein paar Laute verschwinden. Das ist nicht Absicht. Obwohl, vielleicht ist es Absicht und Kunst. Vielleicht auch nicht. Bevor ich mich weiter irgendwie verbassle, sage ich einfach, bis zur nächsten Episode von Fantastica aus dem Weiten des Kosmos. Grüßt euch, Mio Mesputin an der Sprechgarnitur. Und tschüss. In der nächsten Folge von Fantastica geht es um die Birne. Die verdammte Birne. Die verdammte Birne. Die verdammte Birne. Aaaaaaah.